als er wollte er will eben Prozent Prozent wo sind wir im Karneval genau bei der Reister hier ist auch unbedingt was ist ich bräuchte auch eine neue Armonie akka der dritte es euch wird die Idee die Kombination solch die Schüttel Koppershop alter Scheiße ihr habt alle so viel zu übel viel Geld der 37 und auch folgt Ich sehe jetzt schon das werde ich ich habe jetzt Loll hör doch auf alles bist du völlig behindert oder warte mal midnight riders the best pyrotechnics tour in rock So let's go Was machst du da? Ja da sind doch welche ich kann ja zoomen oder hast du das? Ja da ist doch das ist ja nicht Ich hab das nicht so zu machen Uzi Uzi hat ich hier den los alter geil das wird hatte das bisschen mehr zimmer stellen Ey Das wär ich geil Ey wie stabil das neue spiel bei dir auch läuft von wegen internet und so ne Voll krass Alter Alter hat der die rochelle weg gemacht hast du das gesehen? Ne habe ich nicht gesehen Alter das musst du dir in der aufnahme anschauen Alter ist die durch den raum Es sah übel overpowered aus Jetzt kommts dann Bleiben wir doch da rein Oh Er ist Ne Einer Ne zwei Wach der ist schon gefallen Erstmal noch draufhauen So hier war doch gerade irgendwas Lol voll der Bug Was bringt denn das? Boomer Kotze Äh ja die wüsste da drauf da da riechen die sich gegenseitig Hammer geil Das machen wir aber erst und viele da sind Ja Lol Ich hab dir erstens gerade eine mitgegeben Übersetzungen doch nicht auf die F折 ako Tata Fassow Bussow Bussow Tata 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 Es gibt ein Sachverbrauch Tata Alter, voll realistisch, ey. Hier sind voll die... Alter, sind die viele Monokons. Ey, wie geil die ausschauen, die Rocker, ey. Schau die mir da hinten auf der Bühne an. Fireworks? Hammergeil. Alter, wo muss ich denn... Was kann ich mit den Fireworks machen? LOL! Ui, das kann man damit machen. Geil! Nice. Ja, toll. Alter, 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 alter. Was sollte man nicht durchgehen? Die lohnt sich übel, sag ich dir. Die lohnt sich richtig übel, die müssen wir da, wenn viele kommen... Alter, aber geil, Junge. Alter! Alter! Ach, und ich hab grad Mühle beleuchtet. Okay, es geht nicht mehr. Was ist das? Ne, ich hab ein Defi. Nice, 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 nice. Und hier ist eine Rohrbombe. Hier ist eine Rohrbombe. Hier sind viele Rohrbombe. Da stand er gerade, starten sie das Rockkonzept für den Hubschrauber. Starten sie das Rockkonzept? Ja, mach mal rein. Dreh den Scheiß richtig auf! Jetzt bin ich gespannt, was hier für Musik kommt, Alter. Warte, wo ist die Gitarre? Der war doch gar nicht die Gitarre! Ja, hier. Ja, sicher. Was war denn das jetzt? Ah, hammergeil. Alter, schießt er nicht auf mich, Rochelle. Du bist so völlig behindert. Du bist so völlig behindert. Keine Bitch, ey. Alter, wie ekel! Oh, fuck, 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 raus da! Ich bin mit nem Schleim! Ich hab'n D4. Kann ich da wieder belegen, ne? Ah, okay. Im schlimmsten Fall. Das ist eher so das... Ein Weg. Ey, bei dir hängt auch voll der Schleim im Anzug, ey. Echt das schon aufgehört, dass du ein weißer Anzug hast, was ich übel das No-Go finde. Außer für so Schlagersänger. Aber die mach' ich ja sowieso nicht. Boah, ist jetzt scheiß Musik. Wie viel Grafikfehler jetzt bei mir sind? Finde ich gar nicht geil. Alter, wie viele das sind? Ja, sind gleich mal alle auf einmal weg, würde ich sagen. Alter! Wo sind der Charger da? So. Warte, ich glaube, ich muss Schluss machen. Ey. Zwei Minuten noch. Oh. Und was ist? Zwei Minuten noch. Yeah. Ich schätze länger mit... Alter! Ich schätze länger... Oh fuck, ich bin tot. Aber bitte mich nicht wiederbeleben. Wir kommen jetzt zum Besuch. Ah. Wo geht's denn jetzt hin? Ja, ich schätze, wir müssen jetzt einfach weiter... Verwerf doch deine Rohrbombe, bitte. Alter, wie viel hält'n der auch? Ach, das ist ein Tank. Ah, okay, er ist dort. Wo zum Henker müssen wir hin? Warte, ich hab' noch eins. Nein, ich will nicht gehalten werden! Ah. Wie scheiße das Ding feiert, ey. Warte mal, da oben geht's lang, oder wie? Ja. Ja. Nee. Wir sind jetzt bei sieben Minuten. Also wenn du noch zwei Minuten Zeit hast, können wir noch kurz warten. Ja, aber... Wo geht's denn hin? Ja, das war ich mich auch. Nee. Oder? Loller, 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 Loller. Da kommst du nicht hin, ohne zu sterben. Achso. Ja, das ist nämlich da hinten. Direkt hinter dir. Ich bin nämlich von irgendwo runtergesprungen. Glaube ich. Also dann mach ich jetzt mal aus. Ciao, ich schau, dass ich das Level noch... Ja, ne. Naja. Ich müsste jetzt da unten liegen, wenn du da runter schaust. Achso, da bist du. Nicht runterfahren. Alter, was geht hier ab? Also dann schau. Hier geht voll, ist keine Woche, weil... Ja, nicht schlecht. Ja, trotzdem kommt gleich drin. Aha. Ich kann mich jetzt nicht... Großen los. Woahaha! Boah, ich bin vielleicht jetzt noch nicht geboren. Okay! Achtung. Ja, so. Das ist ja auch immer ein Halt. Hier geht's dann das Ganze. Was ist jetzt doch noch die Sitter? Hilfe ist hier eigentlich der Spannung. 4 die Kosti das ist wahrscheinlich vorbei oblieblich aber ohne Sound Zum Gedenken an Geil Naja, das waren dann 55 Minuten Kampagne Ihr habt jetzt mit dieser Folge 30 davon gesehen Ich hoffe, es hat Spaß Ich habe es, was habe ich jetzt gemacht, keine Ahnung Ciao, bis irgendwann